wassalamu alaikum habibi und meine brüder und schwester im islam willkommen hier auf ein neues video bei uns bei den kennex hier heute machen wir kennexcraft mit dabei ist mein bruder lasgaming hier ist noch attinator der türkische doggo ja merhaba ihr klein ich kann einfach es nicht wir laden alle folgen fast das gleichsatz nicht immer und es ist ein absoluter noob in minecraft wir müssen ihnen das beibringen deshalb ja wir haben eine challenge habibi ich hab noch was zu sagen ja das ganze projekt stand als irgendwas angeschrieben hat hey das bauten zusammen together aufnehmen dann habe ich dazu gezwungen er hat mich etwas dazu gezwungen was soll die schweiße und wir haben glück gehabt wir sind neben einem dorf gespawnt und ihr könnt eigentlich schon lustigen ja leute man kann es einfach nicht glauben warum ich mir einfach das antur nebenbei einfach ja jetzt ein minecraft let's play zu machen als holz abbauen ja ja das check ich schon ja die werden es als spaß nehmen und ich hasse es wir werden auf jeden fall den ender drachen und den wither besiegen müssen weil das noch nie gemacht hat ja ich hoffe es ist natürlich selbstverständlich weil ich scheiße bin motorfahrt überfragt ich spiele mit dem 10 und stechner pack und einem so ist schädlich verdient noch beides unten in der video beschreibung ja leute falls ihr es überhaupt merken werdet also meine qualität ist die schlechteste weil ich habe keine andere wahl ist es so zu machen deswegen hätte ich wunder aufnehmen das ist das wichtigste ja das ist eigentlich echt das wichtigste dass ich wenigstens überhaupt aufnehmen kann und las gaming mich dazu zwingt da mitzumachen aber wie schreibt bin extra auf etikett schreiben wir halal weil dann kaufen mehr muslims weißt du ja so machen alle gefühlt was ich brauche ja hier essen komm her ich habe die streiten sich wegen essen krott in dein arsch digger aber alle hungers nur da corona kick rein ich bin dicker ich bin doch im dorf man jetzt willst du meinen dorf klauen mhm ich glaube ich glaube wir haben alle erfahrungen mit dürfen natürlich haben wir erfahrungen mit dürfen auch im real life ich fühle mich gerade so wie in kosovo der gerade hier äh ja scheiße ich hab eine glocke ach da bist du denn ich frag mich einfach wo du bist nicht wahr leute aktiviert die glocke aktivieren friends genau auf die unsere drei kanonen glocke aktivieren glocke aktivieren leute ok mein intro ne meine intro der baut alle heubarn ab wir können daraus brot machen ratet wer als erstes sterben wird ich habe keine essen und drei herzen ich habe keine ich werde sterben ich fange schon mal gleich an eine höhle zu suchen wer kommt mit ich habe hier eine höhle zu suchen ach so dann komme ich halt mit keine ahnung hallo wieso gehst du dich an dein phone was lass doch erstmal teilen lass doch erstmal wie heißt das schlafen gehen hier ja stimmt stimmt oder ach so willst du in die höhle rein wo hast du das jetzt schlafen zu gehen auf welche schwierigkeit spielen wir eigentlich i don't know auf easy scheiße wir spielen einfach auf easy Ja, verändere mal schnell bitte auf normal, bleib mal auf zu schwer. Nee, normal, Mann. Digger, ich bin ein Noob. Ich hab Mustafa gefunden. Komm mal her. Kommt her, ich hab Mustafa gefunden. Digger, Mustafa aus der Gegend. Juhu. Mustafa. Mustafa. Habibi. Kommt der den Bekant vor. Mustafa, hast du Gras? Ey, da... Ey, chill Habibi. Hörer, hola, 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 hola. Habibi, 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 habibi. Ey, lass mir'n Habibi, 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 habibi. Hier, Gras, nimm Gras, dann ist alles... Ne, Bombenprank. Oh, das hab ich mich erst schränkt. Oh, er schick mich. Er schick mich. Oh, er schick mich. Hahahaha. Warum bin ich nicht gestorben? Ja, er hat den ersten Tod von uns allen. Ja. Er hat nicht gestorben, er hat bei mir genägt. Du hast es geschafft, den ersten Tod zu bekommen. Hier ist sein Zeugs. Okay, gut. Hier ein Bett für dich. Okay, ja Claude. Dann hier ein Bett für dich. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich hab's immer noch nicht, Bruder. Machst du die Tür auf? Weißes Bett gehört mir. Ja, alles gehört mir. Ich hatte so viel Essen. Ich hab's dir gegeben. Ey, ja. Da. Ich hab's dir gegeben. Da. Alter, der prügelt sich einfach mal schon. Ah, toll. Ich geh pennen, man. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr kleinen Typen. Wie geht's dir? Wir haben die Nacht irgendwie überlebt. Außer String, der ist irgendwie dreimal von unserem Eisengolem Abi gestorben. Von Mustafa. Mustafa. Ja, ihr habt ihn belästigt. Mustafa. Ich hab mir nur einen Ohrfein gegeben. Wollah, er wollte mich mit Waffe zurückschlagen. Dein Pech. Ein Pferd, Alter. Nehmt euer Bett mit. Ich hab schon ein Bett. Wir haben ein Pferd, da bin ich. Okay, können wir jetzt mal anfangen? Mal richtig anfangen, Leute. Wir haben doch schon angefangen. Wir haben voll viel Essen. Es ist richtig guter Start. Das ist doch gewesen. Ich meine halt mit Hüllenexpedition. Ja. Aber wenn du in die Hülle gehen ohne Essen, dann wirst du nicht schon. Ja, stimmt. Komm mit. Nether Biom. Nether Biom. Oh, halb kaputtes Nether Portal. Was für'n Lack haben wir, Alter. Komm mal. Hä, Digga. In der 1.16 Update gibt's gespawrenen halb gesetzte Nether Portale. Hä, was? Ja, moin. Ich guck in der Kiste, was da drin ist, ne? Da drin sind, äh, traurige Dinger. Nee, nee, da drin sind krasse Dinger. Da drin sind zwei Gaps. Bei mir war nichts drin. Oh mein Gott, Jungs, 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 Jungs. Jungs, guck da. What? Guck doch da vorne. Was ist das? Digger, was? Digger, was? Digger, was ist so'n böse, so böse Villagers, aber wir haben keine, ich hab' keine guten Waffen dafür. LOL, 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 LOL! Lack... Dieser arabische Clan kommt da, Wallah! Rappung jetzt, LME! Das ist der AK-Eder-Clan. Alter, die Cheapen, Mann! Scheiße, ich hab' nur ein Herz noch. Ich hab' nur ein Herz. Warte, ich brauch' schnell mein Bett, ich mach' hier meinen Spawn-Point, falls ich sterbe. Nein! Nein! Du Hure-Ton! Du Hure-Ton! Du Hure-Ton! Dieser Hund, ey! Dieser Hund, ey! Ich hab' so'n Bruder getötet! Ja, moin! Mein erster Tod! Scheiße, wir sind echt kack! Hat jemand meine Axt, mein Schwert, mein Bett, meine Werkbank, meine was weiß ich was... Ja, komm mit, wir gehen wieder zurück! Gehen! Nimm her! Nimm! Meine Cheapels, meine Krebs! Meine Gold-Äpfel! Meine goldenen Äpfel, Digga! Was? Goldenen Äpfel? Ja, ich hatte ein Stück von dieser Cheapfel! Okay, komm, wir holen's! Beim Nether, beim Nether-Kiss, du! Ja, wir spielen erst... Ey, wir spielen... Boah, Junge, erste Episode, du, wie verreckend die ganze Zeit! Wir sind halt dumm, was soll man machen? Ich hab'n Pfeil in meinem verdammten Schädel! Ich hab'n Pfeil in meinem verdammten Schädel! Weizen... Das, Digga, vielleicht noch deins... Komm mit, vielleicht kommt mit, Jungs! Wir gehen jetzt, äh, tight! Wir gehen jetzt hier... Jo, schluck auf mal... Nein! Einfach eiskalt, schluck auf! Schluck auf sein Fahrzeug! Oh, da ist noch ein Hohenzun! Da ist noch ein Ramo! Wo? Da unten, da ist noch Ramo-Clown, Digga! Hier ist sogar keiner, hä? Leute! Ja, Digga! XP-Bottle! Ach, wie? Hä, der Turm war voll liegt! Komm her, Aldo, komm her, komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Ja, okay! Lutz doch! Mein zweiter Tod in diesem Part, yay! Die, hey! Die, hey! Die, hey! Komm her! Die, hey! Ich hab... Ich hab ne Cave gefunden! Ja, nice! Warte, warte, warte! Warte, warte! Wir müssen kurz eine Kiste machen, damit wir... Oder erstmal equippen, alter! Ich brauch mein Zeug, ich komm her! Ja, chill! Komm her, ich hab dein Zeug! Mein... gewisses... Zeug! Kannst du dir? Kannst du dir? Kannst du dir? Kannst du dir? War ich nicht? Schon wieder? Bei Gott, du Huches! Ich höre Video einfach rot, nur weil ich... Weil ich... Von wo kommen die? Keine Ahnung! Ja, das ist... Ramo, Ramo, Klan hat grad... Komm her, Ramo, komm her! Meine Pistole ist fest! Ein Wunder, ich hab den ersten gekillt, geil! Sein Herz! Nein! Alter, es kommt noch mehr! Ne, es kommt noch mehr, Leute! Es kommt noch mehr! Ich verschwinde! Wo spawnen die? Digga, warum kommen so viele? Man merkt wohl, dass wir richtige Loops sind, 1.16, Alter! Sind wir ja auch! Keine Ahnung, ich bin jetzt drüber rumgelaufen, ich geh jetzt zur Cave! Kommt jemand mit! Wo seid ihr denn? Na da hinten! Au! Ich hörte aber von Ramo... Werde ich grad... Wer ist das verfolgt? Pass auf, hinter dir ein Ramo-Mitglied! Da... Ah, ich seh eine Cave! Da hinten ist eine! Das ist eine Cave! Ja, die hab ich... Genau, die hab ich gemeint! Tue ich, Alter, die ist krass! Ja, ich... Ja mit... Ja mit... Ja mit... Ramo kommt noch! Boah, endlich... Steinzeit da! Endlich, Digga! Stone Age! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ramo-Mitglieder! Oh mein! Oh, ich hasse es, wenn es da dunkel ist! Ehhh! Ehhh! Ich bin einfach... Kacke, das ist halt so! Ich hab Eis hier, ne? Bei mir! Zwei Stück! Ja, das Brot! Danke! Okay, mach jetzt hier ne kleine Base, Alter! Ich würd' sagen, wir bauen, äh... Zusammen eine dicke Base, okay? So ne Höhlen-Base wäre krass! Ja, aber so ne Höhlen-Base wäre wirklich cool! Okay, wenn ihr meint! Sag doch Bescheid, dass hier ein Dungeon ist! Wo? 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 Wo ist ein Dungeon? Al... Direkt hier, Junge, direkt vor uns! Alter, hell! Was haben wir für ein... Ich seh gar nicht! Was haben wir für ein... Direkt hier, Junge! Wo ich bin! Ah doch, er hat recht! Er hat recht! Ich brauch ne Fackel! Dankeschön! Ey, wie können die mich schlagen? Oh, perfekt! Ah, warte! Habibi! Einfach mal beim Kämpfen zusehen! Ey, Bruder! Ich sterbe! Hilf mir doch! Hilf mir doch! Ich seh' nicht! Ja, wow! Scheiße! Ich sterbe auch gleich! Warum sprichst du auch rein? Ich wollte ihnen helfen! Digga, ich kann nix sehen, man! Digga, was ist das? Warum sind wir so schlecht? Ich hab schon... Schon... Nee, Digga! Wir alle sind einfach schlecht, Alter! Warum... Ich sterbe ich einfach! Warum hat niemand ne Fackel oder so? Warum hat niemand Kohle? Ich rüsst du mich krank! WTF! Hilfe! Hilfe! Ja, RIP! Ja, RIP! War schön mit dir! War ich schön mit euch! Das ist mein Fackel! Also, ey, Tiet! Du kannst nicht mit mir mitkommen! Weil bei meinem Shader brauche ich nur eine einzige Fackel! Kann ich alles sehen, wenn ich in der Hand halte! Also, ich seh' nicht alles! Okay! Ich bin komplett nach unten gegangen! Ich komm gleich wieder nach oben, okay? Weil ich muss wieder Zeit! Ich krieg einfach eine fucking Discord Nachricht! Und da ist Kohle! Ja, chill, Habi! Wir gehen kurz nach unten! Warte! Fuck! Ich bin zu weit nach unten gegangen! Hab ich gemerkt! Nein! Ich wollte einfach meine Sachen holen, schon bin ich noch viel weiter unten gelandet! Ja, moin! Da frage ich mich auch, wie werde ich bitte am Mittwoch mit Steve klarkommen in Smash? Wenn ich schon jetzt richtig scheiße bin! Ist ja gutes Steve-Training, ne? Ja, wenn ich mich selbst spiele! Boah! Ja, ich bin ja im selben Cave wieder! Hä? Warum wollt ihr normal haben, Alter? Ich will auch schwer haben, Alter! Guck mal, wie viele Monsters waren bei Easy, Alter! Was ist das? Alter! Ja, ich will meine Sachen zurück, Mann! Die liegen da unten! Wir müssen wieder nach oben! Wir müssen nach oben! Warte! Ich hole dir jetzt Sachen gleich, okay? Chill, Habi! Einfach! Aber weil ich... Fuck! Sinn! Ich will meine Sachen zurück, Mann! Ich bin hier nicht! Äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich hier nach oben komme, ne? Oh Mann, man sieht halt bei mir auch nichts! Ich hab nichts... Hauuuh! 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 Ich hab nichts gesehen! Ich weiß nicht, wo ich hin muss! Kann mich jemand abholen? Mh, naja! Ich muss raus! Ich muss raus! Ich muss raus! Ich weiß! Ich weiß! Nein! Ich weiß! Wiss! Wie ich gestorben bin, ne? Wisst ihr, wo ich gestorben bin? Wo? Ich hab einen... Äh, ne, wie? Ich hab... Mein Mameshader... Ich brauch nur einen Fackel, damit hab ich Licht zu... Nein! Hauuuh! Hauuuh! Wo seid ihr so los? Ich bin einfach nach draußen gekommen, schon kam ein Baby-Zombie und ein Creeper! Wo bist du, AT-Spot? Ich glaube, noch ein Creeper ist explodiert, aber zum Glück nicht in der Nähe von mir. Deshalb müssen wir irgendwo ein Bett-Zworn machen gleich, wo wir damit... äh, damit wir in der Höhle spawnen. Yeah! So, ich mach mir jetzt erstmal Errüstung, damit ich gleich nicht sterbe. Oh, ich... Nein, zeigst! Ich hab euch wieder! Dann gehen wir zum Dungeon! Wir müssen das Dungeon kaputt machen! Wo ist denn das? Oh, wir müssen... Warte, wir gehen gleich nach... Ich muss gleich wieder nach oben kommen, wenn ich mal endlich Errüstung habe. So, nur eine Eisenbruchstrasse, damit ich zu reden. Fuck! Äh, was ist mit Lars tot? Scheiße! Lars ist tot! Und ich bin auch gleich tot! Ich schwör, ich bin auch gleich tot! Du stirb doch nicht, alter! Scheiße! Ja, okay! Ja, Leute, das war's mit Part 1! Jo! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Jep! Es sollte auf jeden Fall lustig sein! Wir sind auch... Ja, ich denke, es wird noch funny! Kann ich mir vorstellen! Ja! Wir sind einfach alle Typen Todeslost! Und, ähm, ja, habt ihr gesehen, wie oft sie gestorben werden? Ob ihr schon gesagt, easy! Ja, und ich bin richtig krass der Noob! Und wir werden trotzdem noch auf schwer stellen, also... Ja! Bis bald, Leute! Tschö! Tschö! Tschö!